Ja, also Gemeinschaft ist für mich die Königsdisziplin. Es beginnt ja schon mit sich selber, ja, mit sich selber in Gemeinschaft zu sein, so wie alles bei einem selber beginnt, ja, wie ist meine Verbindung zu mir selber, zu meinem Herzen? Ist mein Herz offen, ja, wie gehe ich durchs Leben mit mir selber, ja? Das ist die erste Gemeinschaft und auch der erste Frieden, so wie es viele Urvölker auch sagen, den ersten Frieden mit dir selber erst mal finden, ja. Und dann geht es natürlich weiter in der Blutsfamilie, ja. Wir haben ja jetzt heftige zwei Jahre hinter uns, die auch viele Familien gespalten haben. In, ja, aber auch auf der anderen Seite natürlich, ja, auch viele gerade zusammenbringen, ja, in Gemeinschaften. Und da sehen wir schon, dass Gemeinschaft einfach auch ein Schlüssel ist für unsere Zukunft, ja. Und für das Zusammenleben auf unserer wunderschönen Pachamama, auf unserer Mutter Erde. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!